Am Freitag, den 26. Juni, organisierte der Weltrat der Aramäer, WCA, eine Nebenveranstaltung bei den Vereinten Nationen in Genf. Sie stand in Zusammenhang mit dem regelmäßigen Bericht der Vereinten Nationen über die Fortschritte der Türkei, der am selben Tag veröffentlicht wurde. Im Rahmen der Veranstaltung stellten die Organisatoren einen neuen Dokumentarfilm vor. Seyfo – Ein vergessener Genozid. Südost-Türkei. Hier begann 1915 ein unter dem türkischen Regime durchgeführter Massenmord, der als armenischer Genozid bezeichnet wird. Beinahe unbekannt ist jedoch die Tatsache, dass nur etwa 100 Kilometer südlich des damaligen Gebiets der Armenier ein weiteres kleines Volk niedergemetzelt wurde, nicht die Armenier, sondern die Aramäer. Machen Sie sich jetzt einmal nur kurz eine Sekunde lang bewusst, dass jeder von uns, der jetzt gerade hier sitzt, Glück hatte. Glück hatte, dass sein Großvater oder Urgroßvater oder seine Urgroßmutter die systematische Ausrottung unseres Volkes irgendwie überlebt hat. Deshalb können Sie und ich heute hier sitzen. Einige Besucher der Veranstaltung stellten Fragen, nachdem sie die Dokumentation gesehen hatten. Wie können Sie Ihre politische Position äußern, zumal Sie sich in einer sehr ernsten, extrem ernsten Lage befinden und das muss in den Medien verbreitet werden? Ganz offensichtlich ist es für uns sehr schwierig, unsere Position zu vertreten, ohne irgendeinen existierenden Mitgliedsstaat damit anzugreifen. Wir wünschen uns einen konstruktiven Dialog mit der türkischen Regierung und erkennen gleichzeitig, dass das Zeit braucht. Wir versuchen allerdings immer so gut wir können, unseren türkischen Freunden die Hand zu reichen und ihre Herzen zu berühren, vernünftig mit ihnen zu reden und ihnen zu erklären, warum es für uns so wichtig ist, dass heute dieser Völkermord anerkannt wird. Weil gerade eine öffentliche Diskussion über den Völkermord vor 100 Jahren und seine Anerkennung in Gang ist, spricht man jetzt wieder darüber und es gibt sogar eine neue Art von Akzeptanz. Wir springen also sozusagen auf den Zug auf und versuchen zu informieren, wo wir können, denn die Menschen wollen das jetzt hören, sie möchten etwas darüber wissen, sie möchten etwas erfahren von denen, die betroffen sind, die in die Vorgänge verwickelt wurden, und genau dafür arbeiten wir. Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen unserem Volk und Jesus. Unsere Muttersprache war auch die Muttersprache Jesu. Unsere aramäische Sprache war die zweite Sprache der Bibel und die zweite Sprache des Alten Testaments. Das Buch Daniel oder Ezra wurden größtenteils in Aramäisch verfasst. Kürzlich erst hatte Papst Franziskus den Völkermord an den Armeniern anerkannt. Daraufhin ist der syrisch-orthodoxe Patriarch mit Widmungsschreiben unserer Bischöfe, anderer Patriarchen und dem syrisch-katholischen zum Papst gereist, mit der Bitte nicht nur den Genozid an den Armeniern, sondern auch den an den Aramäern anzuerkennen. Kürzlicher 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 Untertitelung des ZDF, 2020